Einmal zunächst mal die Klärung, was genau ist eine taktische Atombaffe. Das wäre schlimm, aber das wäre etwas, was man durchaus überstehen könnte. Teilen Sie diese Meinung? Ich spreche eigentlich eher von Gefechtsfeldwaffen, wenn andere taktische Waffen sagen. Warum? Weil in diesem Wort ist eigentlich schon angelegt, was für eine Art von Waffe das ist. Nämlich die sollen tatsächlich eine Wirkung auf dem Gefechtsfeld haben. Die B61, die Bombe, die in Büchel lagert, die wir im Rahmen der nuklearen Teilhabe Deutschlands ja auch sozusagen mit den USA gemeinsam unter Umständen verbringen müssen. Also man kann die Sprengwirkung einstellen. 0,1 Kilotonnen, eine Kilotonne, fünf und so um die 40. So 40 Kilotonnen, da sind wir bei der doppelten Sprengwirkung von der Bombe, die Hiroshima zerstört hat. Doppelt so viel? Doppelt so viel wie die. Und wir reden jetzt immer noch von sogenannten taktischen Atomwaffen.